Das Tagebuch des Todes geht weiter. Okay, da habe ich doch jetzt eine Idee. Denn jemand, der versteinert ist und mir somit den Weg versperrt, habe ich doch schon mal gesehen, ganz am Anfang meiner Reise. Vielleicht ist es Zeit, hierher zurückzukehren. Soll ich eine Statue? Ach, das klingt einfach nicht richtig, oder? Hey, du denkst nicht, ich werde das wirklich richtig sein? Ach Gott, der Gegner, der mich zum allerersten Mal getötet hat. Mit ihm hat alles angefangen. Der ganze Wahnsinn. Okay, jetzt gucken wir mal, ob meine Theorie stimmt. Ja. Hallo? Brauchst du keine Angst haben. Danke. Danke. Ja. Wir sind mir nur dramatisch gut. Ja, okay, sehr gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich denke... Nein, nein, nein. Ich bin gut. Wirklich, ich bin. Um... Mein Name ist Rosabeth. Danke. Danke dir so viel... für mich zu retten. Oh. Oh. Du bist der Traveller. Ich habe noch nicht gegründet. Na gut, ich bin ziemlich eine Hand von Pyromancy. Ja, bring mir was bei. Okay. Prism Stone. Okay. Ich habe mich verletzt und verletzt. Ich denke. Ich habe dir mein Leben. Wenn du nicht gekommen bist. Oh. Ich fühle mich schade, mit diesen Ragen. Oh, gut. schon. Ähm... I hate to burden you further. As you've already saved my life. But... Just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? Klar, man. I'll take anything. Whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Anything at all will do. Ah, mir fällt doch schon was ein. Put it on the ground. And I'll change into it later. Äh... Oh, Moment mal. Erstmal. Na klar. Immer her. Und ruhig nochmal. Da. Da. Die Robe der Priesterin. Da. Das sollte dir da wohl gefallen. Ja, ja, aber schon schon. Was soll ich damit? Ich habe meinen sehr eigenen Lehrer. Sein Name ist Carillion of the Fold. Ein famed sorcerer in Melfia. Unsere Stadt. Ein famed sorcerer in Melfia. Ja, okay, alles klar. Ja. Warte. Wo bist du? So. Ähm. Und jetzt zweierlei. Nein, eigentlich dreierlei. Erstmal sprechen wir mit ihm. Das müsste ihn ja interessieren, dass jetzt der Weg frei ist. Das ist nicht so, was du? Ja. Ich glaube, du hast es in dir, was du? Ich glaube, du hast es in dir, Freund. Nein, nein, nein. Das ist nicht so, wie es aussieht, nein. Das war ein tolles Erdbeeren. Das ist alles. Mein Name ist Ben Hart. Dank dir, ich kann meine Reise weitergehen. Wenn wir den gleichen Weg, dann sicherlich wir uns wieder wieder treffen. Und mein Schwert. Cool. Ich... Das ist eine Wahrheit. Ich schwöre es. Okay, cool. Und ähm... Ich muss dringend meinen... Stripe Colton reparieren. Ah, guck mal hier. Aber umgezogen hat sich jemand noch nicht. Ich muss dringend meinen Stripe Colton reparieren. Ich gehe zurück nach Majula. Cool. Ich hoffe, wir können uns wieder treffen. Auf jeden Fall. Ich habe meinen sehr... Ihn Name... Ich war... Als er... So. Oh Mann, endlich geht es hier mal weiter. Geil. Hatte ich schon fast vergessen. Ach. 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 Nein, die Basilisten! Scheiße! Die Arschgeigen, ey! Ach, schlecht! Nein, die haben jetzt nicht gerade noch gefehlt, ehrlich! Nein! Ah, nein, nein, nein! Geh weg! Ah, die verdammten Scheißviecher, ey! Igitt! Na toll! Gerade die mussten sie wiederholen aus dem ersten Teil! Gerade die! Geil! Oh, Mann! Oh, ich renne jetzt nicht nochmal zurück! Das machen wir beim nächsten Mal! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh! Oh! Astrohallen Immerhin mit den Items Oh Gott, ein völlig neues Gebiet, ey! Geil Shit, it was... Oh, my God. Danke. Schmeiß die jetzt ernsthaft mit Steinen oder was? Geil. Von denen habe ich mittlerweile auch schon ein paar. Praise the sun. Komm schon mal, vielleicht bringt das ja irgendwas. Da haben wir es dann. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber schade, das wäre schön. Kann das sein, dass das wirklich das Gebiet wäre, in das ich schon längs hätte gehen müssen? Also entweder ich soll hier nur in Sicherheit gewogen werden, oder das ist echt relativ easy hier gerade. Alter, will ich denn noch ein Bonfire? Beweirat of Ghost. Oh, was ist das hier für den Mist? Noa Lockon, seinen Tindlers grüßen. Look carefully. Okay, das war sehr schön. Okay, das war sehr schön. Alter, die sind aber großzügig mit Bonfires. Okay, das war sehr schön. Was war das für ein Scheiß gerade? Oh, was ist das? Oh! What? Oh Gott! Mega-belie-löser. Oh! Ach, kommt er nicht hoch, ey! Okay! Ja! Und? Kommen sie mir nach, kommen sie mir nach? Oh! Oh! Ah, die kommen wirklich hoch, ey! Oh! Oh! Okay, das ist fies hier. 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 Das ist doch ein Gegner. Kann ich hier nicht einfach jetzt schon zerschmettern? Dann steht ja kein Statum mehr. Toll, das geht natürlich nicht. Ist das überhaupt ein Gegner? Bei Dark Souls weiß man nie. Weiß, das hat er mich auch schon gesehen. Guten Tag. Ah, ha. Ah. Oh, doch, Mann. Mann! Ah, nein, ich bin... Oh Mann, ey. Was sind das denn für Penner, ey? Kacke. Ach Mann, und diese Töpfe kommen auch immer wieder. Ist doch scheiße. ... und ich bin... Das war jetzt echt beknackt, ey. Super gesprungen. Ja, das kommt auch wirklich jemand 2. Ah, beweg dich doch halt. Ja. Alter. Ach, das schlägt er gegen sein Schild, ey. Brillant. Absolut brillant. Ach. Das ist doch ein Stato. Oh. Falle, falle, falle. Ach. 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 Oh. Oh. Uh. Uh. Da sitzt noch einer. Mich packte wieder die gewohnte Unruhe. War ich wirklich auf dem richtigen Pfad? Hatte ich etwas übersehen oder bin ich gar falsch abgebogen? Ich beschloss, noch einmal zur Weggabelung zurückzukehren und zunächst einen anderen Weg einzuschlagen. Okay, probieren wir erstmal hier. Okay. Hm, komm her, johan. Ach nee, kennen wir doch. Was ist denn da? Was ist denn da? Na? Ja. Ja. Nee, nee, nee. Kostet, mein erster Kling mit Pyromatie. Ja! Haha! Hehehe! Herrlich! Twintling Titan! Was hab ich denn hier alles geiles? Freunde! Golden Falcon Shield Hm. Naja. Was war das gerade für eine Axt? Ey, dass die auch nicht geordnet sind, die Dinger. Ja. 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 Schrein of Winter. Oh man, Winter is coming, Jungs. Schrein of Winter. Ja. 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 Hier kam ich augenscheinlich nicht weiter. Ich wählte also den dritten und letzten Weg. Das war's für mich. Produce the symbol of the king? Glaube ich nicht. Scheiße. Mann, was für geht es hier weiter? Okay, dafür brauche ich offenbar den Ringen des Königs. Und den habe ich natürlich noch längst nicht. Es half alles nichts. Ich musste am Riesen-Basilisken vorbei. Diese Verdammung. Jetzt kommen schon wieder zwei von denen, ne? Tatsache. Ach so. Okay. Dieses Gelächter und Gekicher, das macht mich wahnsinnig. Hm. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Das war's. Das war's. Boah, das Verträger war einiges, das Vieh, ey. Anders als ich. Oh, lauf. Huiuiuiuiuiuiuiui. Alter Schwede. Puh. Oh. 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 Ob das ein frommer Wunsch bleiben würde und welche Schrecken mich noch erwarteten, seht ihr im nächsten Tagebuch des Todes.